Albanien erwartet in diesem Jahr einen großen Zustrom von Reisenden, die von der 450 Kilometer langen Küsten Riviera und den atemberaubenden Stränden angezogen werden. Dieser Trend ist bereits seit dem Frühjahr zu beobachten und die Reiseveranstalter rechnen mit weiter steigenden Zahlen. Es gibt eine progresse, mit etwa 20-30%. Das heißt, jedes Jahr, die Touristen sind 30% mehr hoch und es ist nicht diskutiert, dass dieses Jahr nicht mehr hoch ist. Es ist wahrscheinlich, dass die Touristen die Touristen sind 70 Millionen Euro. Touristinnen und Touristen werden von Albanien wegen seiner natürlichen Schönheit, der erschwinglichen Preise und der freundlichen Art der Menschen angezogen. Nach Angaben von Reiseveranstaltern liegen die durchschnittlichen Kosten für einen Tagesaufenthalt mit Vollpension zwischen 30 und 300 Euro. Viele Touristen wollen wiederkommen. Wir haben gute Essen hier, der Sonne schiebt, das Meer ist schön, also alles ist gut. Für uns ist es wirklich, wirklich günstig und schön und nicht zu viel. Was ich die meisten in Albanien mag, sind die Leute. Die Leute sind wirklich, wirklich schön. Im vergangenen Jahr wurde Albanien von 7,5 Millionen Touristinnen und Touristen besucht. Das Albanische Institut für Statistik berichtet, dass von Januar bis April 3,54 Millionen Besucher kamen, was einem Anstieg von 35% entspricht. Bis zum nächsten Mal.